hallo und herzlich willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid heute wieder bei GeoGuessler mit dem Brahma und dem Christian ihr seht und heute suchen wir die Freiheitsstatue oh ja dann Start Challenge jetzt läuft sie jetzt läuft sie erst runter bei mir mir steht 4 Minuten ja genau also nachdem ich auf Challenge Start gedrückt habe wir die Freiheitsstatue überall auf der Welt nicht nur die in New York sondern es gibt noch ein paar andere nee nee ich kann mir jetzt ein Opel Astra sichern meine Freunde City of El Monte wo ist das denn warte mal da sind doch hier ist doch was das ist doch das erkenne ich doch das Land ich glaube das ist Mexiko das sieht aus wie Mexiko also wir müssen rausfinden warte mal ich habe eine fiese Vermutung ja guck mal ja guck mal da hatte ich doch schon die richtige Vermutung wo das denn hier so ist ist England oder ist England ja warte mal jetzt sind wir hier aber ein bisschen daneben gelandet so irgendwo irgendwo sind wir da so in der Ecke also auf diesem Kontinent sind wir schon mal aber wo sind wir denn genau ja ich würde sogar sagen ich weiß zumindest schon mal den Bundesstaat ja den hast du rausgefunden die guten Bundesstaaten in England ey Wahnsinn gibt's denn also hier stehen ja über hängen ja überall so 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 Plakate City of El Monte gibt's das heißt nix das ist ne ne äh da haben die sich vertan das ist Werbung für ein ja genau für ein Bier also das glaube ich auch nicht also es kann gar nicht sein das wäre schon das wäre schon ein harter Tipp außerhalb der Stadt gerade ich suche gerade nach so Schildern weißt du was Autobahnschildern die mir zeigen 100 Kilometer in die Richtung Leute da ist Monterey krass ich hab ein Schild gefunden da geht's Richtung ONLY so was ist denn steht da noch was El Monte ja wo ist denn El Monte da hat aber nix mit Montana Black zu tun oder da ist doch alles bescheuert hier scheiß 2 Minuten 30 habe ich hier bei mir noch auf der Uhr stehen da ein bisschen haben wir auch noch Pizza da steht doch wo die ist da steht sogar die Straße ja das also mit der Straße da hätte ich glaube ich nicht so das Problem aber El Monte habe ich noch nicht gefunden wo das ist da steht was da steht was da steht was ooooh warte mal sind es da das muss ja doch eigentlich da jawohl ich habe El Monte gefunden ha so ok welche Straße ist das hier das kann doch gar nicht oder da das ist die Straße ok und dann LOL muss ich nur noch wieviel Zeit haben wir noch Satt das steht immer oben bei dir in der Ecke ja bei mir steht noch 1,5 Minuten 1,26 ja ja genau die haben wir auch also die 5 Minuten die du da hast die hast du auch ja aber dann hat jeder halt seine 5 Minuten also wir drücken ja gleichzeitig mehr oder weniger da drauf ok ja oder weniger ja oder weniger ja als wenn da das hier ist das ist doch hier irgendwo das ist doch das ist doch dann hier dann State of Liberty Replica make guess kacke wow 6 Meter nach daneben kannst du mich verarschen oder ist das auf der anderen Seite kann ich mir gar nicht vorstellen aber das ist echt so das sieht voll ländlich das sah voll ländlich aus ja sieht das auch aber das ist halt voll drin die Stadt ist halt leider scheiße groß ok ich mach jetzt mal langsam mein guess ich seh es leider nicht genau wo das wo hier das Civic Center ist ich bin einfach nur blind aber ich mach jetzt mal mein guess ich sag das jetzt Christian machst du auch cool Christian hat geguessed mach auch mal mein guess oh nein du hast 26 Kilometer auch da oben ist das es war gar nicht so weit weg oh fuck ich bin gar nicht rum also ich bin gar nicht rumgefahren weil wenn du dich umgedreht hast das war dann der Los Angeles Superior Court oder so genau den hab ich auch gesehen und dann wusste man schon mal dass das in L.A. ist aber ich dachte mir erst das konnte nicht L.A. sein aber das sah voll ländlich aus und dann gibt es ja so viele Stadtteile aber es war dann El Monte und das hab ich zum Glück irgendwann dann mal gefunden ich hab den Highway gefunden die 10 ja den hab ich dann auch gefunden und dann war easy ja dann wusste man dann weißt du die Valley Boulevard aber ich war ein bisschen zu weit ne ich mein so hab ich auch El Monte relativ schnell gefunden weil ich bin schon 10 lang gegangen so hm okay ah da ist El Monte da steht sogar ich hab das Civic Center nicht gefunden da steht aber ganz groß ein Foto Ding mit Statue of Liberty Replika wow weil ich nach Civic Center geguckt hab okay aber nächste Runde nächste Runde play next round 3 2 1 weiter geht's wieder 5 Minuten Zeit oh das ist aber schick das sieht mir auch so aus als wir das mitnehmen ey glaub ich auch also so schauts hier aus erkennen wir schon Autoschilder Menschen können wir hier erkennen in welche Richtung ist denn Belebter da hinten ist ein ein Straßenschild oder? ist da eine Straßenschild da okay wie heißt die Stadt? Asceso Exclusivo alles klar okay keine Ahnung wo das ist alles klar Christian du hast schon die Stadt gefunden? ich hoffe was und du weißt auch schon wie die also du kennst die auch guck mal also es ist jetzt nicht so dass ich jetzt gleich klicke und mir denke jo geil aber ich hoffe die ich versuche einmal halbwegs vernünftig zu gucken was gibts denn hier ne da gibts auch nix da steht auch nix drauf ich hab keine Ahnung man übersieht ja leider immer wieder ja natürlich wäre natürlich ganz schön wenn die da auch so ein ich muss noch ein bisschen weiter was ist alles so klein auf diesen großen Anzeigetafeln Mann was steht hier ja ich weiß die Stadt in welchem fucking Land sind wir ja ich hab auch noch überhaupt gar keinen Plan oh oh das ist aber schön hier oh hier würde ich ja sogar Urlaub machen ey das ist ja echt schick hey Alter wo ist denn die Wohnstadt? also zumindest der Stadt also wo ist diese Stadt? auf welchem also hmm auf welchem Kontinent bist du überhaupt? ja das frage ich mich auch noch also das ist auf jeden Fall schon mal Rechtsverkehr immerhin aber ja da war nicht die Stadt das ist schon mal schade also auf das Land ist halt irgendwie ja das war schwer ich weiß nicht wie bei ihr ist ja richtig schwer überhaupt gar keinen Plan das ist ein bisschen doof aber du weißt schon mal das Land ja würde ich jetzt mal so behaupten können ja tauschen ja genau und die Sprache hier spricht man ja auch überall ja das ist leider nicht so eine Nischensprache nee hm zwei Minuten noch scheiße ja ja kann ich die Sprache auch nicht blödisch das ist halt aber warte mal da ist ein großes Schild da steht doch bestimmt was drauf ok gucken wir uns mal ganz das ist nicht zu klein hier leider könnte das dieses Land sein wenn ich jetzt Spanisch oder Portugiesisch könnte das würde mir auf jeden Fall helfen ich fahre hier aber auch durch die volle Promenade und sehe hier auch gerade keinen Hinweis was ja dass ich an einem Strand bin das weiß ich auch das ist ja toll ich geh jetzt einfach das ganze Land von dem ich denke an der Küste entlang echt? ok ich hab keine Ahnung ich hab auch überhaupt gar keine Ahnung also das ist echt schwer da Christian hat's gefunden ich hab die Region gefunden aber du weißt dass das der Regionennamen ist? ja ok aber die Stadt weiß ich immer noch nicht also ich vermute das ist hier hör schon wo ist diese Fickregion wie groß ist die denn so? oh ja ok ja nicht so groß die Zeit haben wir noch oh 30 Sekunden ja super 30 Sekunden ja ja äh na komm boi liebe Zuschauer ja schreibt mal gerne in die Kommentare wenn ich irgendwo so einen richtig heftigen Tipp übersehen hab holy moly bist du dran? ich hab gedrückt mehr sag ich dir noch nicht siehst du ja gleich 10 Sekunden ok ich mach mal einfach ein Guess wo ist das war ein Ticken daneben ich hab 19 Punkte bekommen ey Bram du auch wir haben gleich scheiße getippt das war Brasilien da hing auch eine Brasilien Flagge das Problem ist da stand überall Mariona do Brasil und deswegen dachte ich erst Das wäre Brasilia, die Stadt. Machaio, ja, das wusste ich. Und dann stand da irgendwie, dann stand da laufen irgendwie was für Polizei von hier Alagoas. Und Alagoas ist da die Region. Ah, okay. Achso, ja, das Bundesland, mehr oder weniger. Christian hat immerhin 4.988 Punkte gekriegt, ja. Nice. Dann wird Christian nicht ganz zuerst, damit unsere Zeit früher losgeht, würde ich sagen, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann drücke ich in 3, 2, 1, jetzt. Bam und ich haben gedacht, das wäre in Mexiko, aber irgendwie das hätte einfach zu gut gepasst auch. Oh, what? Oh, da ist die Freiheitsstatue, auf so ein paar... Ach, da, auf Baustelle, geil. Ja, genau. Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Das Schöne ist, wenn man in Amerika unterwegs ist, das kann man nicht falsch haben, zumindest. Nee, das siehst du und erkennst du auch. Das ist echt der Wahnsinn. Aber die Straße ist ja der Hammer. Was ist das für eine große Straße? Das hat die Alba an School gefunden. Alles klar. Okay, Bundesland haben wir schon mal. Oh, wirklich? Ja. Ach, Christian Stachelhaus, Alter. Fick dich doch. Ich weiß auch nicht, wie er das immer macht. Worauf guckst du denn, damit du... Das steht da. Das steht da? Okay. Das Problem ist, selbst die sind groß. Und wenn die da auf so einer Fuck-Baustelle so eine Statue hingestellt haben, dann steht das, glaube ich, nicht auf Google. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich fahre jetzt hier einfach mal ein Stück. Einige auf den geilen Autobahnstellern. West oder East. Ja, okay. Ja, das stimmt. Also so von der Flora und Fauna kann man vielleicht auch schon das eine oder andere erkennen. Warte mal, da vorne ist auch noch irgendwas. Ja, echt nicht. Wo ist denn diese Straße? Da! Nee. Steht nix von Bundesland oder irgendwas. Ach, als ob Christian das schon wieder gefunden hat. Ey, das ist doch... Was ist hier los? Echt so kurz. Der zockt uns voll ab. Ja, ich merke das gerade auch. Ey, das stimmt nicht. Beim ersten habt ihr das besser gefunden. Das war... Ja gut, da war es aber in der richtigen Stadt schon. Ich weiß ja nicht mal das Land. Wie hast du erfahren, in welchem Scheiß-Land das... Also, da hängt Bundesstaat, das ist. Also, na komm. Also, die amerikanische Flagge da direkt am Stadikar echt nicht übersehen. Ja, das Land findest du echt super easy. Ja, gut. Also, das sieht man auch. Ja, nee, ich meinte Bundesstaat. Ja. Also, das finde ich halt auch noch stark. Das kann ich euch vielleicht gerne sagen. Alter, das Wetter hat sich mal eben schlagartig krass geändert. Ja, keine Ahnung. Boah, Leute, schreibt da mal auf eure Schilder drauf, in welchem Bundesland das ist. Das ist doch scheiße. Oder in welcher Stadt wir hier sind. Irgendwie einen Highway muss ich finden. University, Westwood. Okay, ich weiß, dass es eine Indianer-Community ist. What the fuck? Jetzt bin ich auf dem Supermarkt-Parkplatz. Alles klar. Vielleicht steht hier was. Da. Bei Iglesia Agua Viva. Hat auf. Sonntags, Samstags und Mittwochs. Mittwochs. Okay. Ja, gut. Living Water Church. Geil. In verschiedenen Sprachen halten die auch noch ihre Reden. Okay, ich gehe wieder zum Start. Das gibt es noch nicht. Da hinten ist der Highway. Boah, ich bin genau in die falsche Richtung gegangen. Willst du mich verarschen? 202. Halt. Das stimmt. Okay, 202 hilft dir aber nur, wenn du weißt, in welchem fucking Bundesland du bist. Hätte ich fast das Schild übersehen. Ja. Der Fußgänger da nichts zu suchen. Ach, das meinst du mit der Indian-Community. Jetzt habe ich das auch gefunden. Der Salt River. Alles klar. Jetzt mal wüsste, wo es Salt River ist. Ja, keine Ahnung. In so einem kleinen Land ist das ja auch echt nicht so einfach. Scheiße. Das wird alles helfen, wenn man weiß, in welchem scheiß Bundesstaat man ist. Hier hängt aber auch nicht die Bundesstaat-Flagge, oder? Ich habe sie zumindest nicht gefunden. Also halt durch so Wohngebiete fahren hat, macht halt noch richtig wenig Sinn. Aber viel mehr ist hier auch nicht. Warte mal, geh nochmal zum Start zurück. Wie lange haben wir noch? 26 Sekunden. Ja, nicht mehr lange. Bestimmt hier noch was? Ach, scheiße. Make a guess. Also ich würde jetzt mal... Ach so. Ich kann... Ich kriege leider nicht raus, auf welcher Seite das ist. Von der Straße. Da. Okay. Da würde ich jetzt das mal tippen. Einfach. Weil... Das toll ist. Jetzt gucken wir uns noch keine Werbung an. Ich habe nicht gegessen. Das ist ein Witz. Der hat die Werbung geladen. Christian hat nicht geklickt. Das war in Phoenix. Bei diesen kleinen Läden, die da direkt sind, da steht hier Arizona Print Shop oder so drauf. Das stand halt nicht an jedem Laden. Ach, komm schon. Jetzt habe ich Zero Points dafür gekriegt. Warte mal, wo ist denn das? In Phoenix ist das. Das ist ein Scherz. In Phoenix Mesa. Ja, okay. Ich hätte weiter nordöstlich geklickt. Ich wollte klicken irgendwie... Da, die 202. Die haben wir halt gefunden. Ich bin auch in 202, siehst du ja. Und ich wollte... Da bei dem Battery Center rechts davon. Also bei diesem Whitman Park. Da wollte ich irgendwo klicken. Ach, scheiße. Ja, selber schuld, ey. So ließ das. Okay, Christian, wir weiter next round. Okay. Zu lange überlegt. Ärgerlich. Okay, 3, 2, 1, los. Okay, ich war irgendwo in Kalifornien. Haben wir immerhin noch 3000 Punkte. Holy shit. Das sieht ja auch wieder nach Amerika aus. Das ist schon einfach ein Freizeitpark auf. Das sind auf jeden Fall auch Amerikaner hier, die Statuen. Wait, ist das alles, was wir laufen können? Ja. Oh, warte mal, da ist direkt ein Schild. Was steht hier denn hier? Ähm. Hä? Was ist das für eine Währung? Oh ja, danke für den Tipp. Rin Mimbi. Okay, was ist das für eine Währung? Ich will hier raus. Da steht irgendeine Adresse, aber ich kann es nicht lesen. Du kannst hier nur in dem Scheißkreis rumlaufen. Ja, du kannst einmal durch den Park laufen. Aber finde ich cool, was man hier so machen kann. Hier so in so eine Höhle rein. Das Problem ist, ich denke mir hier so, du kannst hier nichts machen. Also die meisten Sachen sind einfach nur irgendwelche Sachen, die da ausgestellt sind. Ach du scheiße Sackgasse. Das ist ja kein wirklicher klassischer Freizeitpark, oder? Wo du irgendwie so... Ja, ich glaube, das ist halt so ein asiatisches Kulturmuseum. Hä? 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 Okay, jetzt bin ich verwirrt. Gar nicht, ich kann es einfach im Kreis rumlaufen. Äh... Wow, what? Das war jetzt schon von dem Park. Das ist schwer. Also man kann eigentlich sehen, aber... Das ist halt auch schwer. Es gibt einen Hinweis, den verstehe ich nur leider nicht, weil ich halt ein bisschen dumm bin. Weil ich nicht weiß, was das ist. Ach, guck mal, da gibt es noch... Oh, warte mal. Da gibt es noch was. Höh! Warte, wo bin ich denn jetzt hin? Mal zurück zum Start. Nein, ich muss da vorne... Da muss ich was lesen. Steht da nicht was. Taste of China. Hier kann man schon wieder nicht weiter... Wait, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist das der Eingang? Sieht aus wie der Eingang. Zwei Minuten haben wir noch. Nein, da kommen wir auch nicht weiter. Aber hier vorne konnte man... Das war fast noch der beste... Der beste Hinweis. Also die Straße ist... Also die Straße ist... Naja, sage ich jetzt nicht irgendwas Road. Die Webseite ist www.huasong.org. Den Tipp gebe ich euch. Danke. Das wusste schon. Das ist ein Sinn nicht von dir. Aber geil hat die beiden Figuren... Äh... Aus... Mit so einem... Gesichtsfelder... Das wurde aber zweimal hier durchgelaufen. Was gibt es denn noch? Ich habe halt überhaupt gar keinen richtigen Peil. Wofür soll das denn gut sein, verdammt? Weiß ich auch nicht. Und vor allem verstehe ich den Mix aus den Sprachen nicht. Also da steht halt sowohl das auf Englisch... als auch Chinesisch... oder keine Ahnung... Asiatische Schriftzeichen. Und hier rennen auch alle möglichen Kulturen rum. Das können halt auch in Amerika sein, ne? Ich kann ja leider nicht mal das Schild da lesen, was da steht. Aber ich habe einen schwarzen Bildschirm. Scheiße. Wenn du das reinzoomst, dann sagt die Kamera wieder Nü. Äh... Ähm... Ja, lang und lang müssen wir auch. Weißen weiß Sekunden, ne? Ach, weiß was. Ich mache da meinen Gäste. Guck mal, da steht da auch noch was. Oh Mann, warum kann das nicht höher aufgelegt sein? Mann! Okay. Also, keine Ahnung, ich tippe mal da. Ich tippe mal da. Komm, irgendwie muss das da sein. Ich bin dank neben Christian. Nein! Nein, 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 nein. Ich habe Myanmar getippt. Ich habe Myanmar getippt, ihr habt Hongkong getippt, glaube ich, soweit ich das sehe. Ja. Ja, guck, Singapur, Singapurdollar haben die oder was haben die da. Da war ein S vor dem Dollarzeichen. Keine Ahnung, was das heißt. Na gut. Nächste. Weil damit hätte man es geschafft. Ja. Nächste. Keiner hat es hier genau gefunden. Okay, ich auch. Und wir haben... Oh Leute, da ist sie. Alter, ist die klein. Ach, da oben auf der Bude drauf. Auf dem Kiosk. Bei Klaro HD. Ja, Klaro HD. Ach du Scheiße. Okay. Das ist so einfach. Ach, fick dich. Ach, Christian, mach uns nicht fertig, ey. Mach uns doch nicht fertig. Nee, mach ich auch nicht. Das war nur Werbung. Aber ganz ehrlich, dafür, dass hier so ein kleines Scheißdorf ist, ist da ganz schön viel Verkehr. Ja, aber die Bus-Action ist hier... What the shit, ey. Also wie viele Autos hier auch unterwegs sind und wo wollen die denn alle hin? Vor allem du kannst ja auch schon gar nichts mehr richtig erkennen, weil da so Smog ist von den Autos. Also die Kamera, die hatte auch so einen leichten Schliereneffekt schon. Komm, man muss da irgendwo... Da! Lol! Okay. Ich weiß nicht, in welcher Stadt wir sind. Wo ist die Stadt? Ist das nicht hier? Hm. Scheiße, wo war denn das nochmal? Boah, jetzt blamiere ich mich ein bisschen. Hm. Ich glaube, das ist... Was ist denn das nochmal? Nee, das ist doch... Das ist doch... Das ist doch hier irgendwo. Oh, Mensch. Das ist ja auch schon eine große Stadt. Nee, da ist das überall nicht. Da ist die nicht ganz so groß. Scheiße, wir wollen mich doch verarschen. Wir können nur mal 4K-Kameras benutzen, ey. Okay, ich darf mich damit jetzt nicht... Ach, das sieht wohl ja nicht. ...aufhalten. Ich muss unbedingt... ...eine Flagge finden, um zu bestätigen, wo ich hier bin. Das ist halt geil, wie die Schilder teilweise, also was heißt teilweise, aber viele Schilder sind einfach, keine Ahnung, gemalt. Ja, wenn du nix anderes hast, ne? Was sind denn das für Straßen hier auch? Das ist schon krass. Warte mal, da ist ein... Da ist ein... ...ein Schild. Ein... ...Schild, Schild, wo draufsteht, wo wir sind. Okay, ich weiß den exakten Namen von dem Ort, wo wir sind, aber ich hab keine Ahnung. Oder das... Ich umlärm doch das so. Kann man nicht auch da hinten auf die große Straße springen? Ah! Ich will schon auf die große Straße springen. Ja! Ich bin auf der großen Straße. Da ist das. Make guess. Ach, Christian, das ist wirklich rausgefunden. Fick mein Leben zehn Meilen daneben. Äh, da müssen wir auf jeden Fall... Wo war denn das nochmal? Ist das nicht an der Küste? Wir hatten leider keinen guten Erdkundelehrer. Ja, das möchte ich hier zu meiner Verteidigung sagen. Wir haben immer nur Diashows und Filme geguckt. Weißt du, in den letzten Jahren in Erdkunde haben wir eigentlich so gut wie nie Geografie gemacht. Nee, das ist halt das Schlimmste. Das wäre eigentlich gut. Ach, ich kenn die Stadt doch, aber... Einfach gucken, wo Länder und Städte sind, können wir ja selber zu Hause. Nee, hier ist es doch auch nicht, oder? Nee, das... Das kenne ich. Da ist mir die Zeit schon wieder aus. 50 Sekunden. Was ist das Schild? Ach, Christian, gib mir doch einen Tipp, Mann. Ich gebe dir als Tipp... Halt dich an den Weihnachtsmann. Okay. Halt dich an den Weihnachtsmann. Wo ist denn Weihnachtsmann? An den englischen Weihnachtsmann. Okay. Wobei, nee, Moment, darf ich gar... Ich habe mich an den englischen Weihnachtsmann gehalten und das war 10 Meilen daneben. Ah, okay, ich habe einen Gas gemacht, dauert 26 Kilometer. Ich hatte keine Ahnung. Jetzt habt ihr mich völlig verwirrt. Das hat es jetzt nicht besser gemacht, aber ich mache mal einen Guess. Das ist bei Rio de Janeiro. Nein, Santa Cruz ist in Rio de Janeiro. Ich wusste doch, dass es da irgendwo... Ich habe auf Santa Cruz gekriegt, aber das ist leider falsch gewesen. Oh Mann! Ja, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur Brasilien. Ja, ich wusste, dass Santa Cruz... Aber wo ist Santa Cruz? Das kennt man doch irgendwie so. Aber ich dachte, das wäre eine große Stadt, aber ich wusste doch nicht, dass das ein Stadtteil ist von Rio de Janeiro. Ja, gucken wir uns mal die finalen Punkte an, denn Christian hat richtig viele Punkte dafür gekriegt. Und wir gucken uns die vollen Resultate an. Und damit hat Christian gewonnen! Nice! Mit 15.000 Punkten! Zweiter Platz ist Bram mit 11.000 Punkten. Und als Schlusslicht bilde ich, denn ich wusste nicht, wo Santa Cruz ist. Aber wir haben ja was gelernt. Wollen wir mal, wer hat denn da hier in den Golf von... Wer hat denn da in den Golf von Guinea gekriegt? Christian! Ach, das ist wahrscheinlich der... Ach, dann sitzt der random ein Guess da immerhin. Ja, mitten rein. Immerhin, ja. Ja, das war mal wieder eine Folge Geogäster, wo überall auf dieser Welt die Freiheitsstatue so steht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und schreibt uns mal gerne wieder ein paar Geogäster-Vorschläge in die Kommentare. Haut rein! Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss!